Musik Als ehemaliger Sportler weiß ich, wie wichtig Sport fürs Leben sein kann für junge Menschen, für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und die Stadt Frankfurt-Oder ist eine Sportstadt und dort würde ich eine Menge dafür tun wollen, dass dieser Sport weiterhin unterstützt wird. Das zweite ist der Bereich Soziales. Da tue ich in meiner Arbeitszeit als Heimler des Kinderheims Großengarten schon eine ganze Menge. Das dritte ist für mich die Wirtschaft. Dort sollte man versuchen, mit den Partnern, die hier Arbeitsplätze anbieten, so zu verhandeln, dass Mindestlöhne gezahlt werden oder wenigstens Tarif. Und ich glaube, das haben die Bürger dieser Stadt verdient, dass sie ein Arbeitslandgeld haben, von dem sie leben können. Bitte wählen Sie aus diesem Grund die SPD und geben Sie mir Ihre drei Stimmen. Und das sind die weiteren Kandidaten im Wahlkreis 5. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017